Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Empires and Puzzles. Ja, wir haben jetzt Atlantisaufstieg, das heißt, wir kommen billiger voran, was gut ist. Also nichts wie rin in den Lachs. Das paar bezahlen wir nämlich nur 5. Das heißt, wir kommen sogar noch schneller durch und das Ganze hier geht über einen Tag. Das heißt, ich kann jetzt gut ein paar Tage, oder vielmehr einen Tag richtig gut durchproduzieren. Sehr schön, sehr schön. Ah ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier ordentlich Remi-Demi machen können. Sonst haben wir bald ein Problem. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn uns der Sauerstoff ausgeht. I really don't know. Und irgendwie will ich es auch gar nicht rausfinden. Ja, Kombos sind in diesem Falle richtig und wichtig. Oh, noch 7 Züge. Oh, wieso geht man Puls wieder auf 200? Auf 180. Sehr schön. Einen haben wir. Very nice, very nice. Obwohl wir wenigstens heute Nisa hinter uns bringen können. Das wäre nämlich ganz optimal. So, der ist weg. Den klatschen wir jetzt weg. Mit 2. Also es wird knapp. Es wird immer knapper. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Oder irgendwie. Oh, jetzt können wir auch. Ob es geschwindet. Das machen wir müssen auch zusehen, dass wir unser Special wieder vollkriegen. Weil, äh, ist so. Komm, was soll der Geiz? Sehr schön. Ja, wir haben noch 9 Züge. Also von daher alles gut. Kriegen wir alles hin. Hoffe ich. Ich habe sogar ein Blausjuwelen. Ja, okay. Er ist jetzt im Eimer. Sehr schön. Endgegner. Okay, wir haben, ja, gleich viel blaue Tucken mehr. Oh, das ist allerdings nicht gut. Dass wir jetzt zum Schweigen gebracht wurden. Weil dann können wir nämlich kein Special einsetzen. Das ist alles andere als, äh, die Optimal Choice. Jetzt bitte nicht auf... Ah, okay. Okay. Das geht noch. Oh, der Boss ist schon mal weg. Scheiße, einen drauf hier jetzt. Ja, jetzt kommen... Oh, Alter, jetzt kommen mir Kombos noch und nöcher, Alter, wir zolltet. Und Atlantis-Beschwörung ist auch schon. Habe ich vorhin, habe ich einen 3-Sterne-Karakter rausgekriegt. Kann ich euch auch mal zwischendurch mal zeigen. Wir gehen einmal kurz drauf. Wo ist sie? 3 Sterne. Äh, sieh hier. Die Melia. Sogar im Kostüm. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ach, jetzt habe ich vergessen vorzulesen, was sie kann. Egal, wir machen jetzt erstmal hier so weiter. Weil, äh, wegen ist so. Natürlich passiert sowas auch immer dann, wenn ich eigentlich auch gleich weg wollte. Ah, ein bisschen Zeitkönung zu lassen. Also den Partie kann ich noch aufnehmen und dann muss ich Dinge tun und dann muss ich los. Weil, äh, ist halt so. Termine sind da, um sie wahrzunehmen. Fällt mir gerade ein für einen anderen Termin, muss ich noch wo anrufen, weil ich vergessen habe, welchen Tag das genau war. Ich weiß nicht, ob es war der eine Termin oder es war ein anderer Termin. Eins von beiden war es. Das ist jetzt immer suboptimal hier. Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir sogar noch ein weiteres lila Juwel. Was sich aber bei weitem noch nicht lohnt. Hm, 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 hm. Oh, grünes Juwel. Ne. Oder doch. Ach, komm. Dann gucken wir mal das, was Sonja gerade schnell vollkriegen. Dass ich die Juwelen für die nächste Runde habe. Und jetzt aktivieren. Dann aktiviert sich das Grüne. Sehr schön. Aber gar nicht, wie kriegst die ja. Soll das. Okay, wir müssen zusehen, dass wir unsere Spacials vollbekommen. Können aber noch. Ja, komm, Heilung verbarsamen wir auch noch. Kriegen wir schon voll. Hier vor, Le Boss. Le Boss Batelet. So, da kriegen wir. Ja, dann ist Sonja auf jeden Fall voll noch bevor. Und zur Not können wir auch noch das machen, um den Gegner zu trollen. So, sehr schön. Wir müssen den Triton ja in den Hintern treten. Ach, können wir auch so machen. Oh, Vierer, sehr schön. Hm, tarap, 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 tarap. Ja, wir kriegen ihn nicht weg. Schade. Naja, wir werden es überleben. Sag ich mal. Gut, der ist weg. Da ist Special. Dann ist sowieso... Ob wir jetzt ein Kombo machen, oder hier mit drei oder vier. Juwelen, dem auf den Sack hauen. Oder gerade mit einem Special. Das ist ja... Oh nein, ich bin schon wieder unter Wasser. Nee, 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 nee. Muss doch nicht sein. Aber Nisa werden wir auf jeden Fall heute abschließen. Oh, wie war so viel unter Wasser? Morin. Aber wer ist der Endboss? Ich würde ja so auf Medusa setzen. Ja, die gibt es hier auch im Spiel. Deswegen... Denke ich mir mal, das könnte es sein, dass sie das große Böse ist. Das kann sein, muss aber nicht. Wenigstens keine komplette Nullrunde. So, das Special. Aber ja, wir haben... Wir haben noch genügend Züge übrig. Aber wir haben trotzdem... Genau, weil... Nicht, dass da nachher wir nichts zustande kriegen. So, sehr schön. Einer ist sogar schon weg. Also kaputt. Hinüber. Hintenüber. Könnt ihr euch auch suchen. Ah, ich hätte jetzt lieber Yellow machen sollen. Letzte Yellow-Fromse-Eck. So, zwei sind... Wäsch. Komm, wir machen erstmal unsere Specials voll. Oh, wir haben sogar vier hier. Und jetzt ruf auf den Butterlachs. Ich glaube, ob ich jetzt grün oder blau gewählt hätte, das wäre jetzt vollkommen Banane. Ah, Fehler, Fehler, Fehler. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Na, dann gehen wir auf den. Ja, wir haben noch Zeit, also können wir auch gerade die Specials füllen für LeBoss. Neunzüge haben wir noch. Werden wir ja wohl hinkriegen hier. Zwei sind schon away. Die sind schon in einer besseren Welt. Eine bessere Gesellschaft. Ja, doch, das war jetzt eine gute Kombo. Zur Not, da wir ja die Specials voll haben. Also, falls uns da gleich Puster ausgeht oder die Luft in dem Falle, können wir, was das angeht, noch schnell dann was machen. Auch wenn ich es nicht machen möchte. Okay, wir haben noch drei Züge. Noch zwei. So, letzter. Jetzt muss er aber weg sein. Jawohl. Dank der Pflanzen. Oh Gott sei Dank. So, Boss. Das war sehr gut. Aber die Einschläge kommen näher. Muss man ja wirklich sagen. Aber das hat hier alles Hand und Fuß und Bein auch. Weil jetzt ist der Boss ja schon weg. Jetzt können wir hier mit unserem John noch ein KMH drauf abfeuern. Und dann hat sich das Thema auch soweit erübrigt. Oh, wir kommen aber schöne Sachen noch. Fapp, 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 fapp. Wir haben schon drei Provinzen durch. Zwei haben wir noch. Das müssen wir ausnutzen. Das Blöde ist nur, ich muss hier noch weg. Na? Dämm ich nochmal. Na egal. Kannste machen. Nix. Musste gucken. Doof. Schöne Komboja. Gefällt mir, gefällt mir. Oh, die alte Stechmücke. Dann können wir doch da einen Vierer rausmachen. Ist ja nicht wie bei Gems of War, dass wir danach noch einen Zug extra haben. Das ist leider nicht der Fall. Gems of War müssen wir irgendwann mal weiterspielen. Na, kommt Zeit, kommt Rat. Oder so in der Art. Komm, zünden wir den blauen. Zünd den Knaller. Puff. Irre. Machen wir mal auf den Außenseiter. Das auch auf den Außenseiter. Nur, dann ist der Wäsch. Finde ich gut, gefällt mir. Drei Wellen. Nur drei. Ach komm, hier. Was soll der Geiz? Der hat echt noch die Dreistigkeit danach noch zu existieren. Der Dinosaurier. Egal, jetzt. Hier. Ach komm, du ruf auf die Leberwurst. Jetzt können wir genügend sammeln. Und haben wir da nämlich eine Kombo. Haben wir eigentlich? Ne, Flammendes Inferno ist noch nicht voll. Jetzt ist es voll. Ah, Bein juckt. Ach komm, machen wir einmal mit Sonja. Den haben wir eh gleich wieder voll, sobald wir den Knaller hier zünden. Ich hoffe nur, dass der sich nicht gleich schon selbst aktiviert, was durchaus passieren kann. Oder auch nicht. Erst machen wir dieses. Dann haben wir die Heilung. Mach mal so, dann haben wir das nämlich als Zweier-Kombo. Na, Holla, die Waldfee aber auch. Na, komm, hier. Dann haben wir da noch ein grünes Juwel. Herz aller liebst. Und ich möchte das. Dann habe ich da größere Kombos. Und ich kriege vielleicht noch ein rotes Juwel. Okay, das Thema hat sich da bitte überbricht. Komm, eine Episode noch. Provinz. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass das hier Provinz heißt. Provinznest. Sehr schön. Unter, ach, warum denn unter, was? Ach, die kennen wir doch hier. Die habe ich doch gerade vorhin gezogen. So, Energiekosten runtergesetzt. That's perfect. Das heißt, wenn ich nachher wiederkomme, wenn ich wiederkomme und weiter aufnehme und dann immer noch diese Fünfe sind, das heißt, ich kann mir diese Drachenenergie dann auch, das heißt ja Drachenenergie, glaube ich, diese Aufschlussdinger. und wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt, die spare ich mir dann. Dann können wir richtig, richtig viel machen, sodass die Parts richtig, richtig gut voll sind, ohne dass ich dann irgendetwas nachkäufeln müsste. 9, 8 haben wir. Machen wir so. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Irgendwie will ich ja wissen, was passiert, wenn uns die Luft ausgeht. Äh, die Lust, ja. Ich meine die Luft. Aber andererseits will ich es auch nicht wissen, weil kann sein, dass es danach als gescheitert ist. Oder wir kriegen halt Permashaden. Permanente Schaden. Kann sein, muss aber nicht. Wir werden es jetzt sehen. Wenig Sauerstoff. Kriege ich jetzt Schaden dadurch, oder? Ja, dann bekomme ich Schaden. Okay. Das hält sich ja noch in Grenzen, also. Alles gut. Gift ist gefährlicher. Aber jetzt ist ja wieder aufgefüllt. Der müsste, ja, der ist weg. Sehr schön. Also habe ich mehr mir Gedanken gemacht, als dass ich hätte machen sollen. Ist doch schön. Ist doch in Ordnung. Ist doch vollkommen in Ordnung. So, komm, damit hauen wir aber jetzt einmal drauf. Blöden Moräen. Sau gefährlich, die alten Dinger. Also in real sind die sau gefährlich. Ich brauche noch Flammendes Inferno. Das ist gleich beim Boss ein bisschen leichter blöd. Ihr wisst, worauf ich ihn auswählen. Auf den Brandschaden. Ich mag Brandschaden. Also hier im Spiel. In Realität, nein. Da brauche ich keinen Brandschaden. Gottes Willen. So, ich müsste irgendwie hier. Ja, machen wir so. Jetzt machen wir Dings, dann machen wir Bums. Jetzt kann ich den nicht erreichen. Ach komm, hau drauf. da oben waren, gell. Okay, schnell wieder irgendwas ans Spezial vollkriegen. Ja, ja, ja. Wenig Sauerstoff interessiert mich jetzt aber nicht. Der ist sowieso gleich weg. Sag ich doch. So, Endboss. Die Alte ist mal auf den Sack. Sie brennt, ist blind. Perfekt. Rotes Juwel. Sehr schön. Können wir gleich nochmal ein bisschen brutzeln. Der Brutzler. Hält sie in Grenzen. Was den Damage angeht. Oh, sie ist weg. Wir haben den Endgegner erfolgreich geplatett. Komm, hier. John Schnee, Walte deines Amtes. Ja, damit haben wir Region Nisa auch fertig. Oh, wir müssen zum Thronsaal von Atlantis gelangen, um einen Vater zu retten. Äh, was ist in dem Thronsaal? In ihm ist ein Geheimstor, welches zu den verbotenen Tiefen führt. Was immer auch der Grund für den Wahnsinn meines Vaters ist, der ist hier. Der Plan ist also, durch die Armeen von Poseidon zu stürmen und dann alles, was wir im Thronsaal finden, zu zerschlagen. Finde ich gut. Das ist ein Plan, dem ich zu stürmen kann. Ja, dafür habe ich den Hammer. Jetzt will ich auch mal wissen, ob sich der Palast noch weiter nach oben bewegt hat. Wir werden es jetzt tiefen von... Oh, da wird sehr viel... Ja, jo, 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 jo. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen beim nächsten Mal hier in den Tiefen von Kavuras weiter. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und sage auf wieder, geh, schaut, haut da raus. Bis dahin, bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020